ich begrüße euch zurück liebe freunde bei metro last light wir waren im letzten part hinter pavel hinterher und ich habe ein bisschen gefehlt so was war das denn wie konnte das denn passieren euer generator muss kaputt sein scheiße der generator schon wieder ich darf doch gar keine leute töten bin ich eigentlich bescheuert was mache ich ich bin ich bin gerade völlig verwirrt habe ich das gefühl ich bin noch völlig an watchdogs gewöhnt mein jesus ja bla 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 pavel dich holen wir uns noch mein oh wie konnte das denn passieren ich überprüfe mal die türen überprüft du mal die türen ich bin sicher dir wird nichts schlimmes passieren überhaupt nichts schlimmes schmerz schmerz ist mein zweiter vorname gleich neben gefahr oder so so wie komme ich an euch affen denn vorbei das ist ja wohl jetzt die eigentliche frage ach hier hinten oh was ist denn jetzt los jetzt das mal und kies sie zuhause Okay, die haben von einer Kiste mit Schlüssel gesprochen. Ich habe nicht ganz zugehört, da gibt es bestimmt auch wieder einen schönen Punkt. Oh, fuck! Eure Ohren, Alter, das geht ja gar nicht mehr! Ihr werdet auch langsam alt, oder? Ja, die verdammte Zugluft schießt immer auf die Lampen! Ey, das ist wirklich schlimm! Ich muss aufhören, K.O. zu gehen, während der Arbeit. So, den muss ich jetzt auch ausschalten, damit der nicht checkt, dass sein Kollege irgendwie, äh, am Schlafen ist. Er steht vor seinem Kollegen, ich versich. Worüber lacht ihr Affen da drüben? Ist schon ziemlich witzig, ne? Alter! Ich habe Nadia gesagt, ich würde ihr ein Bild mitbringen. Aber diese verdammten Gemälde sind einfach zu groß. Ich will doch keine ganze Wand bedecken! Dann schneid doch einfach ein Stück aus und fertig! Scheiße, super Idee! Dann suche ich mir jetzt was Schönes! Hä? Okay, alle, die hier lachen kriegen, gleich erstmal auf die Fresse. Okay, lieber nicht. Ich gehe ja schon wieder. Oh-oh! Oh-oh! Warte, gehst du denn hier ab? Der hat einer eine Taschenlampe! Oh! Hm! Hm! Äh-äh! 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 Du hast mich nicht gesehen! Nein, nein, nein! Das waren nur die Ratten! Ja, die Zugluft! Ja, die Zugluft! Boah! Ja, du hast die Zugluft gesehen! Boah, ist das schlimm! Ich wünschte, ich hätte ein paar Pilze! Habe ich wohl später welche abgehört! Nein, kriegst du nicht, glaube ich! Das ist ein Scheiß mit dem Filter! Nur rein! Ich muss aber kurz nochmal den Sound überprüfen. Ich habe es doch noch einen Ticken runtergeschraubt, das Audio. Die Mischung, die wir hier haben, nicht wieder teilen. Aber der Fall... Das ist doch Quatsch! Vergeute doch keinen guten Filter! Und lass die Jungs nicht warten! So, gleich kommt erstmal eine Mission, die ich nicht so sehr mag, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Gehen Schatten! Gehen Schatten! Gehen Schatten! Oh fuck! Oh fuck! Bitte seh mich nicht! Oh fuck! Oh fuck! Schlaf einmal bitte! Oh! In your face! Ja, das ist wahr. Hatten wir einen neuen Freak? Klein! Schwarz! Hey! Oh! Uh! Haben sie mich gecheckt? Ne, sie haben mich nicht gecheckt. Oh, da soll ich mal wieder anfangen die Leute auszunehmen. Was mache ich eigentlich? Ah, ich bin eh voll an Mutti. Ich kann nix aufnehmen. Völlig vergessen die Leute. Wow! Waffe runter! Rende hinter den Kopf! Woher wusste er das? Das war's für ein unerwartetes Treff. WTF? Woher? Auf der Suche der Schwarzen, was? Vielleicht gibt es Hoffnung für dich und die Polis. Aber du bist zu spät. Diese Schwarzen sind außerordentlich mächtig. Genosse Korbut hatte schon lange ein Auge auf sie geworfen. Huffle hat Wallhack. Stell sie dir nur abgerichtet vor. Auf den Feind losgelassen. Ruhig, ruhig. In Ordnung. Du bist da. Gute Reflexation. Was jetzt? Du hast nach dem Schwarzen gesucht. Richtig? Er ist in der Nähe. An der Obtiabriskaya. Ich kann dich da hinbringen. Dieses Mal keine Tricks. Darauf gebe ich mein Wort. Alle Mann auf den Boden! Sofort! Nein! Was macht ihr? Wow! Schieß nicht auf mich bitte. Scheiße! Er ist entkommen. WTF? Warum hast du das Lager alleine angegriffen? Du hättest versuchen können, mich zu rufen. Naja, ist ja gerade noch mal gut gegangen. Aber du musst möglichst schnell von hier verschwinden. Ich kenne hier einen Ausgang zur Oberfläche. Da ist ein Sumpf. Man kann ihn aber überqueren. Das muss gehen. Ach, nicht der Sumpf. Bitte. Ey! Hallo? Schieb mich einfach zur Seite. Von... Du wolltest das Lager doch anscheinend auch allein angreifen. Was glaubst du eigentlich? Warum hätte ich das nicht machen sollen? Ich bin, glaube ich, ein größerer Badass als du. Okay, ich hab mich nur durchgestiegen. Ich hab nicht mal gefeitet, aber... Ja, bitte lass dir Zeit. Nicht, dass ich irgendwie Pavel fangen müsste oder so. Aber jetzt mal ernsthaft. Woher wusste Pavel, dass ich da... Dass ich da herkommen würde? Ganz ernsthaft? Woher? Nimm das! Das ist für die Banditen! Was ist für die Banditen? Oh! Ach! Netter... Rusti-Anzug. Schlüpp! Jetzt sehe ich aber hässlich aus. Hatten wir nicht eh schon irgendeinen... Irgendeinen... Äh... Giftanzug? Wenn ich Glück habe, warten unsere Leute am Außenposten in der verlassenen Kirche auf mich. Ich werde ihnen alles sagen, was ich über Pavel weiß. Über irgendeinen Test, den sie durchführen wollen. Und ich werde meinen Weg zu Obtyabrskaya fortsetzen. Der Schwarze ist dort. So, wir sind wieder an der Oberfläche. Aber, ähm... Das ist noch nicht die Mission, die ich meinte. Die kommt danach noch, glaube ich. Erstmal... Wir haben schon lange keinen anderen Ranger mehr gesehen. Wir waren die ganze Zeit auf uns allein gestellt. Wird langsam mal wieder Zeit. Dass wir... Oh, fuck. Es ist natürlich wieder Scheißwetter hier draußen, ey. Da ist er, der Sumpf. Die Basis ist genau auf der anderen Seite, in der Kirche. Von hier kann man sie nicht sehen. Da ist eine motorisierte Windenfähre. Sie braucht Treibstoff. Im Flugzeug oder im Lager der Tankstelle solltest du etwas finden können. Bleib aus dem Wasser raus, wenn du leben möchtest. Tja, das war's. Viel Glück, Artyom. Jo, ciao. Ich find's schöner, alleine zu sein, als mit so einem Typen. Oh, Gott. Ich pack schon mal die Shotgun aus. Alter, ist das ekelig, der Sumpf hier. Schlimm genug, dass hier ein Sumpf ist und da noch alles verstrahlt. Okay. Wir müssen... Müssen wir den roten Fackeln folgen? Oder müssen wir hier lang? Ich bin mir gerade relativ unsicher, deswegen geh ich erstmal noch hier. Oh, das ist schon der erste Schlimm. Gut, gut. Hör auf, Artyom! Mein Gott, was hast du denn eigentlich für Leib? Ja toll, du hast jetzt... Die Aufmerksamkeit der ganzen Sumpf wurden auf dich gezogen. Hör auf zu brennen. So. Hat doch geklappt. Alter, Artyom. Das kann doch nicht angehen. Oh, ein schönes kleines Sniper. Kann man das nicht aufnehmen? Oh, okay. Die Frage ist, was mache ich hiermit? Also auf diesen Sniper hätte ich schon... Ab und zu mal ein bisschen Abwechslung ist ja bestimmt nicht verkehrt. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit ist das Teil laut. Komm, ein Vieh möchte ich snipen. Da, da, da. Komm zurück. Sack. What? Oh oh. Halt! 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 Habe ich gesagt. Da, da, da. Oh, die sind zwei. Ich habe es getroffen. Oh, ich habe... Junge, das Teil macht Arbeit. Das One-Shotted die Viecher alle. Problem ist, ich habe jetzt schon gleich keine Muni mehr. Fuck. Okay. Gib mir mal eine AK wieder. Ne, ist es eine AK? Haben wir eine AK? Oder ist es die AKU? So. Oh, ein Babyschrimp. Stirb. Das ist eine Falle. Oh, ich dachte schon, ich bin reingelaufen, Alter. Oh, hier ist die. So eine Waffe wieder. Oh, hey. Soll es doch nur das Teil hier öffnen. Muni. Sehr gut. Muni, die ich nicht gebrauchen kann. Noch besser. Wo müssen wir lang? Ich bin verwirrt. Oder wo müssen wir nicht lang? Sollte die Frage eher laufen. Weil ich möchte wissen, wo wir... Ja. Ich möchte erst sein, wo wir nicht lang müssen. So. Wir haben zu viel Muni. Ich muss mal wieder Muni loswerden. Aber ich glaube, das werden wir schon früh genug. Ja, okay. Atiom. Was machst du? Atiom, WTF. Wow. Alter, hat mich der Baum erschrocken. WTF. Alter. Auf einmal steht nur so ein fettes Viech vor mir. Von einem Baum. Ein Baumviech. Ein Ent. Mein Gott, WTF. Atiom. Ich bitte dich. Kannst du nicht schwimmen? Oder was machst du da? Ich werde immer teleportiert. Da ist ein Shrimp. Ich bleibe halt... Komm. 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 Komm, ey. Die Wichser. Bleib weg. Ich wollte dir nichts tun, du kleiner. So, jetzt können wir wieder Muni benutzen. Aufheben, meine ich. Auch wenn ich jetzt die Aufmerksamkeit des ganzen scheiß Sumpfes auf mich gezogen habe. Glaubst du, dass wir dich retten? Du. Sack. Okay, jetzt verschwende ich Muni. Ist nicht gut. Aber da schießt auch noch irgendeinen anderen drauf. Ach, da ist doch schon die Kirche. Man kann sehr wohl von hier aussehen. So, ich muss mal Filter wechseln. Okay, ich bin jetzt verwirrt. Wo müssen wir lang? Ach, da sind die Fahnen. So, also... Also, Treibstoff brauchen wir. Okay, jetzt bleiben wir mal alle ganz ruhig. Da ist das Flugzeug. Okay, am Flugzeug sollte Treibstoff sein angeblich. Dann müssen wir zur Fähre. Weil wir mit Fähren so viele gute Erfahrungen gemacht haben. Ein bisschen kaputt hier draußen alles. Ich glaube, ich schleiche mich hier noch besser durch. Okay, das mit dem Schleichen klappt nicht so gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Gras ist ein bisschen laut. So, wie kommt man denn nochmal ins Flugzeug? Da vorne ist eine Tür. Ich höre Geräusche. Was? Ich habe gerade Muni aufgehoben. Aber ich weiß nicht wo und wie und wann. Oh nein. So, wir gehen einfach beide unserer Wege. Okay, hier geht es nicht lang. Da ist Wasser. Äh, wie kommt man da rein? Ernsthaft? Hier? Vielleicht? Ach, da. So. Oh, Claymaws. Öffne... Kann man alles nicht öffnen. Da ist Benzin. Warum? Oh, die Küste kann man öffnen. Du solltest... Ach, egal. Ich sag gar nichts mehr. Benzin. Benzin. Wow! What the fuck? Regen sie sich ab? Kann ich... Kann ich ihnen weiterhelfen? Sehen sie auch auf der Suche nach Benzin? Wir können zusammenarbeiten. Okay. Ein Riesenschirm. Warum nicht? Warum nicht? Wenigstens hat Artikel keine Halluzinationen. So wie letztes Mal. Ist wenigstens ein Fortschritt vom letzten Flugzeugbesuch. Und da schießt wieder einer schön rum. Fein macht ihr das. Der Part ist auch nicht mehr so lang. Lass uns wenigstens noch Benzin finden, irgendwie. Müssen wir kämpfen? Wir müssen nicht kämpfen. Siehste, wir... Wir sind eigentlich alles Freunde... Okay, wir müssen doch kämpfen. Nee, doch nicht. Wir sind... Im Sumpf sind alle Freunde. Mann und... Wow, wow, wow. Wow, du hast mir Angst gemacht. Sorry, ich wollte nicht auf dich schießen. Du kleiner Sack, stirb! Oh, Mann. Besser hin. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Ich geb auf. Ich geb auf. Land nach. Ich geb auf. Okay, ich geb doch nicht auf den Tisch. Oh! Mein Gott, wegen dem muss ich so viel Muni verwenden. Immer noch besser als die Bibliothekare aus Metro 2033. Die haben vielleicht auch geschluckt. Die haben geschluckt, wie ihre Mutter es ihnen beigebracht hat. Hübscher Baum übrigens. Oh, Schildkrötenwanderung. Oh, Shit. Okay! Ey, okay, komm! What the fuck? Du Scheißfisch, lass mich runter, WTF! Hör auf! Lass mich los! Oh, no! Oh! Warum? Okay! Oh, Shit! Okay! Okay. Okay Da ist die Tankstelle Okay Oh shit Okay Ganz ruhig Ey komm Ey komm Okay das sieht sicher aus Das sieht sehr sicher aus Journal Messer Leben Hier Damit ihr lesen könnt Verhindern Ist das letzte Wort Das weiß ich auch So Benzin Erstmal in der Tankstelle umsehen Oh nein Die scheiß Tentakel-Hentai Dinger Benzin Düdelüdelüdelü Da 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 Sei ruhig Sei ruhig So da ist der Richtige Weg Hau mich nicht Wer ballert denn da drüben schon wieder rum Wo geht's denn her Wo geht's denn her überhaupt lang Oh nein Hört auf mich zu hauen Wo bin ich hier Okay Okay Das ist ein böses Krebsgefich Okay haut mich nicht einfach mal Hier ist aber überhaupt nichts Oh hi Kumpel Okay ich wollte ich Ich wollte Halt Ich will keine Probleme Bin einfach nur zu meiner Fähre jetzt Haut mich einfach Lass mich einfach ein In Ruhe Den Fahnen hinterher Den Fahnen hinterher Fuck Das war nicht die Fahnen Oh Gott Was ist los Komm mal Tim Okay Schrimps Okay Schrimps Okay Ich muss ins Filter wechseln Okay ich bin verwirrt Wo muss ich hin Lachen Okay 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 Leute Ich bin raus Nix Wie über den Baum ist da los Ich bin raus Leute Aber schöne Mucke Es wird langsam Abend schon wieder Das heißt schon wieder Es wird langsam Abend Da ist die Fähre Los Muni Was machst du Achso Neue Okay 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 What the fuck Holy Jesus Meint ihr das ernst Nein Was habe ich getan Renatium Oh Gott Okay Oh shit Ich habe eine Granate Genau vor mich geworfen Oh Huh Das war laut Okay Alter Nein Du Arsch Lass mich runter Ey Komm Wir können drüber Oh Oh Warum Womit habe ich das verdient Renn Diese Arschlöcher leben immer noch Die haben zwei Granaten überlebt Aber das wird langsam ziemlich dunkel Warum lebt ihr Wichser noch Okay Wir müssen wirklich aushalten Wir müssen wirklich aushalten Bis die Scheiße da ist Gott dammit Komm ey Frech Warum bespukst du mich Was habe ich dir getan Mein Gott Wollt ihr mich verarschen Ich möchte nur leben Ich möchte nur leben Siehst du das haben wir gemeinsam Wir möchten beide leben Also lass mich in Ruhe Ist das dein Ernst Du willst mich mal anlegen Mein Gott Die sind aber auch alle frech Ich kann hier mich in Ruhe lassen Damit werde ich sehr Alter Ja genau Überall Schrimms Ich hasse Schrimms Du lebst immer noch So Ist die Fähre da Natürlich nicht Die lässt sich schön zeit Hallo Hängt die fest Ich hab's gar nicht aktiviert Ich Idiot Oh mein Gott Jetzt geht's erst los Oh what the fuck Jetzt geht's erst los Und ich hab vorher schon Meine ganze Mund Oh der Dicke Der Dicke Sack Der Dicke Sack ist da Mein Ok Alter Wir können drüber reden Es muss nicht so sein Oh Ja Ja genau so Das gefällt mir Kämpft ihr Ich meine Fähre ist da Danke Danke Herr Dämon Ich schulde dir was Ich schulde dir was Wir hauen ab Wir hauen ab Hauen wir ab Hauen wir ab Können wir abhauen Wir hauen ab So siehste Der Dämon Weiß wovon ich spreche Leben und leben lassen Meine Uhr piept schon wieder Und der Part ist eigentlich auch gleich zu Ende Das heißt Genießen wir noch die Fährenfahrt Da bodelt schon wieder was im Wasser Das gefällt mir überhaupt nicht Okay das gefällt mir doch Pam Noch einen letzten Schuss hören wir Stimmt Wenn in der Kirche wirklich unsere Leute sein sollten Werde ich sie bald treffen So Aber bevor wir irgendwen treffen Würde ich erstmal sagen Das war Metro Last Leid für heute Fertig ist die Laube Wir sehen uns im nächsten Part Wo wir uns dann hoffentlich mal Wir sind auf jeden Fall wieder in der Kirche In der wir auch In Metro 233 waren Und Ja ich hoffe Es sind Spartaner da Sonst sind wir nämlich am Arsch Also bis dann Tschüss